Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Egg. Wir spielen hier heute mit dem süßen jungen Neo und mit der neuen E-Jag-Version. Die neue E-Jag-Version ist... okay, danke Server. Also irgendwas hat Pika Network verändert, dass es jetzt ein paar komische Legit-Flags gibt, habe ich das Gefühl, weil das habe ich ja jetzt öfter bei der Box gehabt. Ich habe keine Ahnung warum und wir wollen mal lieber Neo da helfen, bevor er jetzt stirbt. Die neue Version ist noch ein bisschen neuer als die aus dem Gomma-Video. In dem Gomma-Video hat man ja gesehen, dass die Klaura ein bisschen spät schlägt manchmal. Das ist in der Version besser gemacht. Übrigens hat man hier so einen kleinen Tally-Bridge mäßige Sache, so... Okay, ich habe keine Blöcke mehr und Neo geht dazu den Gegnern. Wenn man da am Anfang springt, dann fängt es an zu sprinten und manchmal beim Springen sprintet es auch. Aber es ist trotzdem ein normaler Scaffold Walk, sprich man kann ihn normal benutzen und das ist alles sehr wild. So, guten Tag. Ich rede jetzt auch mal mit dir. Ja, ich habe Leute geholt in der Zeit. Ja schon, bau dich mal, weil ich habe keine Blöcke. Ja, ich weiß, deswegen habe ich gerade die Kisten geöffnet. Perfekt. Ja, bau dich einfach normal nicht, dass du dann bei dem Sprint Jump wohnst. Ich habe keine Blöcke mehr. Ich werde zurückgepackt, Hilfe! Du hattest noch Blöcke in deinem Inventar oben. Mal das war... Okay, wir werden Spectator übrigens vor zwei Leuten. Ja, passiert. Okay, ja, habe ich easy. Habe ich Sprint nicht an? Doch, ich habe Sprint an. Wollte gerade schon sagen. Rechts von dir, hinter dir? Ja, ist gut. Sind beide so lowlife. Ja, ich weiß, deswegen meine ich habe ja hinter dir war mehr lowlife. Den hättest du. Alles gut. So, easy. Ähm... Oh, links von dir, links von dir! Ja, ich muss kurz Speed trinken. Ich kann dich regenerieren, Mann. Wer ist tot? Ja, ich kann das dann. Einfach Knockback benutzen, wunderschön. Ja, die kommen, die kommen. Die kommen, die kommen, die wollen dich. Oh Gott, ja. So. Ich muss kurz noch den zweiten goldenen Apfel essen. Ja, die sind beide full life, leider. Ja, habe ich aber so easy. Der wollte sich hoch wieder. Ja, egal. Schön, der ist an full damage und der ist auch down. Ja, nice. Easy. Gut, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Nice, Mund voll. Geile Sau. Also eine Aufnahme essen, das ist aber höchst unprofessionell. Wie noch unprofessionell? Was gerade passiert, ist alles gut. Was hast du getan? Da war ein ganzer Weg zu denen, wie bist du da noch gestorben? Ich habe dir nur die Vorlage gemacht, keine Sorge. Oh, easy. Siehst du, ich habe da nur noch Spiderweb unter dir. Brauchst du auch ab? Äh, ja. So, ist einfacher. Potions habe ich. Kann ich mir nochmal ein bisschen was, das Equipment hier holen? Ah, ne, wurde eigentlich alles gelootet. Dann kämpfen wir wohl einfach direkt. Guten Tag. Aber man, ich schmeiß die ganzen Leute runter, dann kriege ich gar kein Equipment von denen. Oh, oh. Knockback, Hilfe. Knockback, nie gut. Ähm, sind wir noch irgendwelche Kisten nicht gelootet. Irgendwie habe ich noch immer nicht so gut das Equipment. Drei Leute in der Mitte. Drei Leute in der Mitte. Und ich bin lowlife. Nimm den selber auseinander, ja. Okay, easy. Jetzt muss ich halt irgendwie nur mich erstmal vollrecken, weil ich noch immer einfach auf zwei Herzen bin. Ähm. Der rechnet nicht mit dir, der rechnet nicht mit dir. Der hat ein Ding schwirrt. Oh. Okay. Der war ein bisschen am laggen irgendwie, what the fuck. Ähm. So Speed Potions. Jungen, das ist immer so nervig. Slowness und Speed und Poison, die sehen irgendwie alles gleich aus. Versteht? Das sind ein Team noch. Das sind ein Team, die steht vorne. Oh, scheiße. In ein Team. Ich glaube, die, ich glaube, die Raffen. Ja, doch, die Raffen. Die haben aber auch lowlife, actually. Der eine, der andere ist 15. Ah, hast, hast, hast. Ja, ha, ha. Guck. Äh, hier. Kein Ding für den King. Kein Ding für den King. E-Check größer als alle. Äh, danach spielen wir dann Bad Wars. Ich glaube, Sky Wars haben wir dann genug gespielt. Auch wild, wie du bis jetzt in jeder Runde, glaube ich, gestorben bist. Ich hab Blocks in meinem Inventar. Du musst die in deiner Leiste unten haben. Das weißt du schon, ne? Neo? Neo? Ne? Ne? Ah. Hattest du die unten in deiner Leiste? Ah, ah, äh. Ah, ah, ah. Ja. Ey, aber... Also, du hattest die nicht in deiner Leiste mit anderen Worten jetzt. Hallo, Internet? Hallo, hallo? Ja, klar. Hallo, Wodafone? Ja, ja. Ja, ja, genau. Hä? Nee, das war... Kranker Typ. Ich hab keine Ender Perle. Das ist frech. So, erstmal seine Mutter hier. Alter, die haben nämlich noch mit Poison Splash. Ich krieg zu... Okay. 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 Der Perle hatte keinen Lust zu sterben. Ja, hatte ich auch das Gefühl. Junge, die neue Killaura ist echt wild. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass die nicht mehr so stark reduced wie die alte. Weil die alte war schon gefühlt wie ein Velocity an sich, so. Also, die neue Killaura hittet irgendwie nicer, ich weiß nicht. Und gibt trotzdem noch immer guten Offback, das ist schon ganz gut. Aber nur, um es einmal jetzt wirklich kurz zu confirm, du hattest wirklich keine Blocke in deiner Leiste, oder? Nee, ich hatte keine Blocke in meiner Leiste, das war meine Frage. Ich hatte sie im Inventar, aber nicht in meiner Leiste. Ja gut, also sowas geht leider nicht auf guten Anti-Cheats wie Sparky. Damals konnte man, also so auf Highways, konnte man die aus dem Inventar rausziehen nach dem Automatisch, weil so einen Luxus hat man leider nicht mehr. Deswegen bin ich auch vorhin dann gestorben, weil ich hatte doch Blöcke in meinem Inventar. Ich hatte meine Leiste mit vier verschiedenen Blockarten, aber waren halt nur so acht Stück oder so acht, drei Stück jeweils. Oh Mann. Und dann hat er versucht, Blöcke aus meinem Inventar zu ziehen, die ich halt nicht hatte. Also ich hatte aber halt nicht im Inventar unten. Ja, machst du nix. Ich mein, konntest du halt nicht wirklich wissen. Abgesehen davon, dass es dir genau die Nachricht das genauso sagt. Ja Mann, schatt's so richtig klein. Du machst noch was für ein Monitor ich spiele. Ah ja, gut. Ja gut, dann scheiß Fernseher, Monitor. Scheiß 50 Zoll, mein Gott, ich schieße den Mann. Ja schon. Ich gucke Filme da drauf, ich schieße den Mann. Das ist so verloren irgendwie. Irgendwie auch nice. Ja, aber League of Legends auch 55 Zoll spielen. Wirklich, ich hab mich mit Poison gesplasht. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich bin so verloren. Hilfe. Mach mal den Goma-Mode an. Könnt ihr eigentlich auch mal sterben? Dankeschön. Äh, einer. Siehst du ihn oder soll ich dir sagen, wo er ist? Äh, ich hab'n Tracker. Alles gut, dankeschön. Okay. Freundlicher Bursche aber. Ähm, so. Der Scaffold Rock funktioniert übrigens auch mit, äh, Speed Potion. Äh, ja, wie man... Ah, okay. Funktioniert anscheinend doch nicht mit... Äh. Hä? Da konnte ich grad wieder laufen. Also irgendwas ist bei Pika-Network komisch. Jetzt. Ich möcht's nochmal zeigen, dass ich mit Speed Potion... Ich hab keine Speed Potion mehr. Gut. Das klingt da vor allem mal so schön. Aber natürlich, wenn man das zeigen will, dann geht das nicht. Das ist ja immer typisch. Aber hier dann auch nochmal, dass man das aus dem R5 sieht. Hier hat man gesehen, ich Sprint am Anfang und dann eu mich natürlich runter. Ja, perfekt. Aber hier immer auch bei dem Sprung fängt man so leicht an zu... Hä, was ist das? Flaggt das mit dem Sprinten vielleicht auf Pika? Ich meine, das könnte sein, weil das hatten die ja eigentlich gefixt, aber... Hm. Dafür hat das eigentlich mal gut funktioniert. Versteh das nicht. Versteh das überhaupt nicht. Guck, jetzt geht's doch. Hä? Ich versteh's nicht. Egal, wir sehen uns gleich im Bad Ross wieder. Wir fliegen schon, Pink fliegt schon. Was für Fliegen? Ach nee, never mind. Junge, ich bin... Ach sorry, ich hab ESP an. Ich sag grad, da fliegt da so eine scheiß Band. Oh. Alter, ich glaub, das klappt nicht in der Aufnahme. Beweis mal. Hehehe. Du Arsch. Ähm, aber ja, da sind wir jetzt in der Zone Bad Ross. Ah ja, ich wollt grad schauen, wenn sie wieder zurücklaufen. Sehr schön. Brauch mal ein bisschen nach oben. Okay, egal. Tschüss, ich beruhig. Äh, pass auf, dass der... Das hinter dir, das hinter dir. Oh oh, er kommt... Er ist einfach so richtig am Springen gewesen. Kranker Typ, alter. Ich hätte einfach raus springen sollen, dann hätte ich ihn gehabt. Äh, ich fahrt mal kurz auf Blöcke so. Ich komme. Oh, die haben sich jetzt eingebaut, das ist nicht gut. Ab einem? Ja, die bauen das Bett ab. Oh, Teamate auch bei denen, Teamate. Der Server laggt. Oh, nein, nein. Was denn? Der wollte grad zu unserem Bett gehen. Alles gut, wir haben beide von denen. Der bleibt jetzt noch. Ich hole mir einen Gap schnell und fass den. Jo. Wollen wir rüber zu Geld? Äh, ich warte noch auf ein Gold, dann kann ich mir auch einen Gap kaufen. Okay. Ja, du kannst schon mal rein theoretisch vorlaufen. Ja, mach es. So. Ähm, hier. Ah, Utility. Ich komme. Facken Block. Ah. Ich hoffe mal... Ja, jetzt war ich schon so weit. Nee. Passt. Alles gut, hab ihn. Ich deft' dich bei ab, ich deft' dich. Deren Spawn ist fast eingebaut. Ich weiß. Aber warum haben die das selber gemacht? Man hätte jetzt noch die untere Linie hin machen können und dann... Na, egal. Ja, unser Bett wird aber auch gleich tot sein. Das ist nicht gut. Ja, ich meine, wir haben das offen stehen lassen, das ist eigentlich unsere Schuld. Ja, ich meine, wenn da niemand hingeht, dann geht es auch nicht. Ja, das stimmt. Ach, du hast keine Spitzhacke, oder? Nee. Nee. Aber die Sends von Löcher gehen noch. Die haben nicht hin, wird, die haben nicht hin, wird. Ach so. Ja, gut. Ja, gut. Blau sind aus. Blau rennt. Ja, das wollen wir nicht zulassen. Ja, das wollen wir nicht zulassen. Ich hole den grün, hol den grün. Ey, ich hole den grün, meine Entschuldigung. Ich hole den grün. Ja, okay. Ey, Mann, was ein Notenbengel. Der wird unser... Okay, der wird unser Bett nicht holen. Ich habe grün geholt, habe grün geholt. Okay, nice. Ja, lass direkt zum Blau. Würde ich sagen. Okay. Mein Sklaffort hat schon wieder... Du hast es gesehen, ich habe gebaut. Nicht, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, weil ich mich safe nach oben geholt habe. Egal, da kann ich unser Bett eben einmal hinkaufen. Okay. Grün hat alles einen Vorteil. Ja, schon. Bei Pink lebt er auch noch. Und die sind halt genau neben uns. Wundert mich, dass die unser Bett nicht geholt haben. Die haben ihr Bett gar nicht... Ach, hä? Die haben ihr Bett gar nicht mehr, what the fuck? Entschuldigung. Ich dachte, die hätten ihr Bett noch. Weird. Warte mal, wir sind... Ne, wir sind nicht, Rotjünger. Ich dachte wegen dem Name-Protector, dass wir rot sind und wir in eine volle Runde gegangen sind. Weil ich habe das rote Bett gefunden. Ne. Es lebt noch Pink und Grey. Ja, Pink ist genau neben uns. Ich versuche die mal zu holen. Ja, okay. Dann gehe ich Richtung Grey. Wie das? Digga, jetzt muss ich auch noch auf Toilette. Ich habe Hunger. Ich muss auf Toilette. Mann, ey. Ja, das ist so kompliziert schon wieder. Das wird nicht, sie werde ich niemals im Leben holen. Die haben ein Dia-Schwert. Ist Grau vom Bett? Muss nur nicht belieben. Hol vom Bett, hol vom Bett das, äh, das Bett von Grau. Grau ist nur nicht bei Pink. Die sind beide bei Pink von Grau. Das würde mir richtig stinken, wenn ich die wäre. Ich komme zu Pink. Okay. Die sind schon mal down, die Grey. Oder? Oh, hinter mir, what the fuck. Wie kam der hinter mich? Wie zur Hölle? Hast du jetzt von Grau das Bett? Ne, hast du nicht. Äh, doch, doch. Habe ich. Achso, doch, die sind... Achso, das sind nur noch Pink. Yes. Und die sind... Ja, okay, da bist du auch. Hallo. Guten Tag. So, dann teamen wir die mal weg, wa? Äh, jo. Erster down. Der mit dem Diaschwert. Mach mal ein Bett. Ich baue ab, ich baue ab, ich baue ab. Die haben Endstein eingebaut. Egal, egal. Na, bringt dich. Ich bin gerade bei dir. Ich bin gerade bei dir. Ja, gut, dann kaufe ich kurz Spitzsäcke. Ja, kauf kurz, kauf kurz. Der ist wohl da gefallen. Der lebt wieder. Ja, ich weiß, weiß, ist tot. Gut, baue ab, baue ab. Junge, das war nicht mal mit... Ding, das war nur eine Bolle drüber. Bei meiner Seite war... Ja, aber oben. Und alles gut. Halt, guck mal, wo ich abgebaut habe. Hier habe ich abgebaut. Ja, und guck mal, wo hier. Da war nur eine. Och, Mann. Egal, tschi. Jo, alles gut. Kannst ja hier so Map-Knowledge und so. Das kannst du ja nicht wissen. Dafür braucht man echt Bad-ESP-Wirrse. Leute, die das nicht wissen. Habe ich schon mal in Devs gesagt. Hoffentlich bauen die bald ein. Aber ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du da hast, ein Like da, können wir sagen, wie euch das mit Neo gefallen hat. Einen süßen Jungen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.